Hey Freunde, wir sind wieder unterwegs, wie Herr Ahrenshof, wieder Dorsche angeln. Alles das gleiche, bloß ein bisschen anders. Heute sind wir mit Schlauchhund draußen. Wollen noch ein paar Dorsche angeln. Jetzt ist Sonntag, um 9. Vorhin waren noch minus 3 Grad. Ja, wir haben schon ein paar Würfe gemacht. Noch nichts getoppelt. Wir angeln mit, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, das Ding mit den Möhrchen. Und wir sind hier mit Anstiegs. Dorsche angeln. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Freunde, wir sind immer eine Runde gefahren und haben den ersten auf Möhrchen verhaftet. Ja, den Honig auch hin. Petri, gleich auf die Mütze. Sehr gut. Was soll man sagen? Ja, das ist der erste heute. Wir sind jetzt eine halbe Stunde am Mangel. Ja, 10 Minuten. Nein, eine halbe Stunde denke ich. Mit Fahrt und so hat alles. Das ist der zweite. Mein Bruder. Also auf vom Schlauchboot. Wer hätte es gedacht. Wieder. Ja, auch ein guter. Zwar nicht ganz so groß wie meine, aber gut. Naja, ein bisschen größer, ne? Petri. 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 Fisch. Fisch. Oh, wat? Doppeldrill. Aber was hast du wie ne feine Rüte oder ist der echt zu gut? Oh ja! Oh schade! Lass runter, lass runter vielleicht! Oder ist der Köder ab? Oh scheiße! Sollen wir mal fischen ne? Er hat aber geschlagen ne? Ja, hat er nicht geschlagen. Das ist nicht das dumme Junge. Oh scheiße! Oh, das ist für Tüder? Ja, das muss gut. Kacke! Jetzt! Jetzt! Weiß nicht was er ist. Schlagen tut's nicht. Ah, jetzt! Oh! Ja! Ah! Karsten! Nee, hab ich glaube nicht. Alter! Das ist was Gutes! Warte! Ja, ja! Er steht! Er kommt nicht hoch! Und wenn er nicht gehackt ist? Und wenn er nicht gehackt ist? Oh! Oh ja! Oh ja! Der ist gut! Jupp! Der hängt! Und? Was sagt er? Oh! Du ziehst aber schon ganz schön! Ich glaube ich schwimmen auch wegen dieser Sprümmungsgeschichte heute am König zu besprennen. Ich dachte zum anderen mal, wenn hier vorne eine Lippe nach geht, dann ist es kleiner und dann ist es schwerer. Ich mache jetzt nicht so viel Druck, Robert. Ja, schön gemütlich! Oh! Biss gehabt! Genau unterm Boot! Da stehen wir eben Füße an! Wenn ich abhaken... Na dann! Na dann! Ja, einfacher Sinn! Ich kann keine Fischere gießen, das ist zu schmerz! Oh, warte! Er ist im Hof? Er ist... ...Mosselhofen? Ach, ich hoffe doch gar nicht mehr. Wieso die Fische dann markieren? Nicht, dass du dann nachher wieder wechselst und meinen? Das ist auch wirklich egal, in welcher Stadt die vorne sind. Sieht auch gut aus, ne? Ja, das sieht gar nicht mehr gut. So kleine Mäuerchen jetzt, ne? Oh, ja! Oh, ja! Und was sagt er? Ohhhh Oh schön Geht's zusammen? Das war ja ganz cool und dann können wir nochmal dichter fahren, oder was? Die meisten Bode stehen ziemlich dicht, ne? Oh! Der ist gut. Das ist besser, das ist besser. Und wieder runter! Und wieder runter! Ja. B3. B3, danke. B3, danke. B3, danke. Und wieder runter. Wieder runter. Da ist er. Petri! Jetzt müssen wir mal in unsere Torchkiste gucken. Die Großen sind unterwegs. Wir angeln mit der Faulenzer-Methode. Wieder mein Bruder. Bremse falsch eingestellt. Wie ihr sie hören könnt. Macht er immer. Ich würde mich den Straßen in der Altstadt mit dem Angeln beraten lassen. Aha. Und zum Dickdorsch gefühlt. Petri! 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 Erster Wurf. Neue Stelle. Bisschen flacher. Ah, er kämpft ganz schön. Ah, er kommt. Ah, die Kopfschläge. Oh ja. Oh ja. Da ist er. Oh, Petri! Oh, Petri! Meine Herren. So, wir haben jetzt hier einen Doppeldrill auf dem Boot. Bei Robert sieht ja ganz ordentlich aus, der Fisch. Bei unserem Guide ist es eigentlich ganz ein großer. Also, ist auch einer da. Nur ich muss filmen. Na Robert, was sagst du? Plötz. Plötz? Sally ist nicht da. Sally ist nicht da. Der fängt ja dann auch kleine Aale, ne? Oh. 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 Sehr schön. Oh. Oh. Und, da war ja shallow. Willst du so was sagen? Wird wieder releast? Pedri? Danke! Pedri? Danke. Danke. Hallo Freunde. Nicht nur wir mit dem Boot sind heute unterwegs. Es gibt auch noch andere Verrückte. Das ist zwar auch möglich, aber die sind ziemlich weit draußen. Ich zeige euch das mal. Zwei mit dem Ballyboot. Da hinten ist die Küste. Das ist ein bisschen sehr gefährlich. Wir sind ja da für etwas jetzt. Unser Guide hört nicht auf. Kurz ein bisschen weiter ran gefahren. Erster Wurf. Gleich dran. Mit dem Blinker. Wir stehen heute nicht so weit draußen. Oh, hier schöne Kopfschläge. Und wieder weg. Ich bin doch mal Sally gebraucht für die Kamera. So viele Kameras habe ich gar nicht so viele Fische, die wir fangen. Die haben ja an seinen Schaufen. Das war in Strahlen so nicht schlecht. Strenkt sogar ein bisschen ab. Das war auch nicht hoch. Oh. 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 Stetri. Stetri. Sehr gut. Dankeschön. Klasse. Und der nächste. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, hier ist ein Riesen. Oh, meine Herren, Petri, die werden ja immer größer. Oh, Petri. Petri. Petri, danke. Ich kann tierisch daran erinnern, wo wir klein waren, auf der Seebrücke in Sassnitz, auch Nachtangeln. Und wenn du dann Hänger hattest, mit Sehne, das war so wie zwillige Sehne, dann dachtest du immer, du ziehst irgendwas. Oh, da ist doch was, da ist doch was dabei, hast du einfach nur die Sehne gedehnt. Da kommt der DM. Oh, ja, so ein bisschen rund jetzt hier. Petri. Petri. Sehr cool, sehr cool. Ich weiß ja, wie der hier unten drin ist. Oh, das ist auch. Lägt der ein bisschen. Petri, sehr cool. Lägt der ein bisschen. 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 Lägt der erste Fisch an das Band gegangen ist. Lägt der ein bisschen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020